Oh nee! Knapp, Leute! Oh mein Gott! Guten Tag, Freunde! Heute machen wir die Challenge, wenn es aufhört, scharf zu essen. Ihr bekommt 500 Euro. Leute, ihr müsst verstehen, ich mag scharf, er mag scharf, sie mag aber keinen scharf. Deshalb ist es nicht so wirklich, dass ich einen Gegner habe, Leute, weil... Schokolade! Stell dich mal vor, Leute, Yassin gewinnt 500 Euro. Und ich gehe als Loser raus, Leute. Mein kleiner Bruder gewinnt gegen mich. Ich glaube, danach kann ich euch nicht mehr in die Augen schauen. Deshalb schreibt jetzt gerne in die Kommentare, für welches Team ihr seid. Hashtag Team Sell, Hashtag Team Egg oder Hashtag Team Yassin. Ihr braucht einen ganz dritten Spitznamen für Yassin, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare. Und jetzt... ran ans scharfe Ding. Wir spielen jetzt schnick, 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 Leute. Ihr müsst verstehen, Yassin und Egg sind so gleich. Deren Reflexe zum Thema schnick, schnick, schnick sind so langsam, dass wir uns alle umdrehen müssen. Weil man macht Schere, Alter. Schere oder man kommt jetzt nach 20 Sekunden. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Sorry, Yassin, du musst anfangen. Ah, stimmt. Du kannst anfangen. Wir können sauer sein, weil ich nicht anfangen kann. Schnick, schnack, schnuck. Ach, nein. Yassin, Egg. Let's go. Okay, gut. Also Leute, wir haben verschiedene scharfe Sachen gekauft. Wir haben Peperonis, wir haben die schärfsten Chips, da steht Burning Pain drauf. Dann Leute, haben wir hier einen Dip, der ist nicht so scharf, den esse ich auch manchmal. Von dem hab ich mal gekauft. Von was hat er nicht gekauft, Leute? Ach, der hat gesagt, ah. Dann haben wir hier so Peanuts, oder? Keine Ahnung, was ist, Leute, auf jeden Fall irgendwelche Nüsse, die Fire Nuts heißen, von der Marke Fireland Food. Also die sind wahrscheinlich sehr scharf, Leute. Die sind auch scharf, sag ich euch ehrlich, so drehen manche meine Augen, deshalb muss ich immer mit Joghurt essen. Dann, Leute, habe ich hier noch diese Nudeln. Und als sie gekauft haben, Leute, hab die Frau gesagt so, bist du dir sicher, dass du das willst? Das ist super scharf. Und ich so, ja. Dreimal, bitte. Ja. Dann haben wir hier noch Tabasco, Leute. Tabasco ist auch scharf. Das hier ist Sriracha. Jassen mag. Tja, Jassen! Jassen ist sowas einfach, mein Meister, einfach pur, Leute. Jassen, isst du sowas wirklich? Ja. Dann haben wir noch Chilipulver. Das mag Jassen auch. Ja. Und Leute, zur Auswahl haben wir hier noch Milch, falls unser Mund brennt. Cola, falls unser Mund brennt. Griekiter Joghurt, Leute, das ist der beste Joghurt gegen Schärfe. Vertraut mir einfach. Und halt noch zum draufmachen zum Beispiel für Tabasco oder halt diese Sriracha-Sauce oder Chili-Pulver haben hier noch Brot oder Pizza. Ich hab nur eine Frage. Nein. Kann ich die Cola auch so trinken? Nein. Warum? Du musst anfangen zu weinen vor Schmerzen. Was? Ja, ey. Yum, yum. Okay. Da steht Double Spice drauf, Leute. Made in Korea. Jetzt ist es soweit, Leute. Die scharfe Soße kommt rein. Und ich hab schon viele TikToks gesehen, Leute, über diese, ja allgemein diese Nudeln, die einen schwarz hatten, die auch da. Nur die Dame meinte, dass die Roten noch schärfer sind als die Schwarzen. Boah, super scharf. Boah. Also, ich find, es sieht aus wie so Teriyaki-Sauce. Oh mein Gott, ich richte schon jetzt. Also, meine Augen tränen auch schon ein bisschen nur beim... Boah, ich glaub... Oh, Yasmin, du hast hier, glaub ich, das Schlimmste. Oh Gott, guck mal, wie rot der wird. Das ist nicht viel Glück. Drei, zwei, eins. Einfach köstlich. Oh mein Gott, dein Mund brennt. Ey, willst du nicht zugeben? Er hatte mal eine Kamera, gell? Oh mein Gott, komm. Ey, ist eine 7 von 10, okay? Nein, 10 von 10. Guck mal, wie rot der wird. Kann man auch aufgeben? Ja, kannst du. Du verlierst halt alles. Und musst für uns jeweils 500 Euro zahlen. Jetzt dreh. Ich hab so Angst. Nein! Aber die grüne geht eigentlich noch. Ach, das ist scharf für mich. Ich hasse diese Chili Conca... Äh, Chili... Was? Was ist das? Chili Conca, ne? Chili Joker. Oh mein Gott. Wie hat diese Chili ein? Hier haben wir die Peperoni. Und die darf Eck jetzt ganz essen. Also nicht ganz, sondern ungefähr... Okay, bis hier. Guten Appetit Eck. Oh Gott, da ist nur eine Peperoni. Eck? Das war das Haar und das ist von den allen Sachen. Hey, was ist das denn? Oh mein Gott! Da geht noch mehr. Riecht echt scharf, Eck. Dir geht's gut, gell? Ich drehe jetzt, Leute. Kann ich mir nicht trinken? Nein, ey. Leute, also irgendwie sagt mein Körpergefühl mir, dass ich das Schlimmste bekomme. Ich weiß gar nicht, was das Schlimmste ist. Ich glaube, entweder die Nuts oder diese Chips, Alter. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Leute, ich habe Glück. Ich habe Glück. Und zwar habe ich das harmloseste bekommen. Da steht aber trotzdem Hot Salze drauf, Leute. Aber das ist gar nicht so scharf. Leute, ich weiß noch ganz genau, als es 2019 in meinem Schrank war. Warten wir kurz. Ich kaufe immer die milde Edition. Ihr seht, keine halben Sachen. Nee, also es hat so einen leichten Zorn von scharf. Aber sonst ist es eigentlich okay, Leute. Meine Augen tränen so ein bisschen. Klar, es ist so scharf, mein Rachen brennt auch ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie wir dachten. Aus den Augen träne ich nicht. Also ich mache jetzt ein paar Chiliflocken auf seinen Toast. Ich habe mehr daneben als drauf. Guten Appetit, Yassin. Das war eklig. Wir machen weiter. Oh nee. Knapp, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt einer von euch gedreht? Was? Nein, nein. Was? Echt? Guck mal, das war so. Ich hab's gesehen. Ja, sondern das ist wirklich gesprungen. Oh Gott, wie ist das möglich, Digga? Oh Gott, ek blitze ich so auf, Leute. Seht ihr das in ihrem Gesicht? Die blitze ich auf. Nein, ich hab Angst. Ek, jetzt. Komm schnell. Ey, ek, umso schneller. Du bist umso schneller, ist es vorbei. Ja, es ist ein vorbereiteter Mädchen. Ich hab so Angst, Alter. Leute, ich hab gebetet, dass sie diese Nudeln nicht bekommen. Leute, hier kommt so ein Geist. Wo machst du das auf diese Nudeln? Boah, ey, Leute, das ist Karma von Ek's komischen Ritualen, die sie gemacht hat. Stimmt, von Piper. Oh Gott, sogar. Ek Clips Video gesehen. Ich hab das gar nichts gesehen. Hallo, die Piper from London. Für die, die nicht wissen, wer Piper ist, ganz einfach, das ist Ek's Witch Freundin. Die hat einen Zauberspruch für Ek und ihren Ex-Crush gemacht. Das nennt sie wieder ein Lied und so für 15 Euro. Sorry, Dollar. Ja, einer hat's nicht so geklappt, Leute. Ek will keinen Kontakt mehr mit ihr. Egal, Ek, jetzt ess es. Ek, jetzt kommt die Piper. Ey, jetzt mach mal. Pass hoch. Hint doch alle. Oh mein Gott, ihre Augen drehen, ihre Nase wird rot. Die fängt an zu zippeln, Leute. Das macht Spaß. Leute, denkt ihr, ihre Lippen platzen auf, weil die sind ja fake. An ihr Lippen ist die Soße. Oh mein Gott, an den Piper und die Soße. Oh mein Gott, es hört nicht auf, Alter. Schnell vor, ihre Lippen platzen echt auf. Wer hat meine Schwester im Hintergrund überlegt, ob sie aufgeben soll und mein Bruder genauso, tue ich jetzt drehen. Eih, oh mein Gott. Danke, shit. Leute, ich hab die rote Piper, habt ihr gesehen? Das war so und dann ist sie abgeprallt. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eih, du musst auch, Inga, du musst auch, ey komm her, du bist dran nicht. Kennt ihr noch von dieser Soßen-Chance, wo die ganz viele Soßen hat, ne? Wo echt ein Kotz hat, wo sie das gemacht hat. Drei, zwei, eins. Ich bin mit 200.000 Scoville. Schmeckt irgendwie scharf. Nicht so scharf. Schon, ja, aber... Was hast du in die Augen, Alter? Ich bin doch irgendwie widerlich. Hey, das ist ja so scharf wie die rote Piperoni vielleicht. Was? Ja, so scharf ist es nicht, mein Mund brennt endlich nicht. Also auf einer Seite will ich auch probieren und tasten, aber auf einer Seite vertraue ich. Ja, so nicht. Soll ich tasten? Kappenblatt, ich taste auch. Oh mein Gott. Ich zähle durch diese Beine solche Creeps, Alter. Hä? Am Ende kommen die wie rote Piperoni. Was fliegst du? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast dann die Schlimmste bekommen. Dann habe ich Mittel bekommen, die hat die Schlimmste bekommen. Oh mein Gott, ist das los. Ist das so leid? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So lange ist heller Stück, ganz kurz zur Aufklärung. Es gibt drei verschiedene Arten von der Schärfe und es hat das Allerschärfste. Ich mache das nie wieder. Ich wusste doch, ich kenne es, Leute. Da sind drei verschiedene Sorten drinnen. Ich glaube, ich muss kotzen. Mein Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Ich habe auch Angst. Sie hat auch Angst. Sie hat auch Zersoße. Also genau diese Sriracha-Sauce, aber die größere war bei ... Früher. Das ist ein Laden. Dönerladen, Leute. Ja. Ich saß dort, habe einen Döner gekauft und ich habe das gegessen mit Sriracha. Und dann habe ich geschafft, als mir ging es richtig schlecht. Und dann war die Soße vergammelt und ich habe doch gekotzt in der Tür. Also vor der Tür, wo die immer reinlaufen. Habe ich einfach hingekotzt. Ja, das ist mir auch schon passiert. Die war echt auch vergammelt. Oh mein Gott. Leute, ich habe gerade das Gefühl, ich habe mit dieser Cola ... Diese Soße noch schärfer als meine Cola. Das ist doch gar nichts richtiges, Alter. Das isst Jasna auch seinen Döner in so einem Pack, Alter. So eine kleine Tube reichte für seinen ganzen Döner. Und die kalt auf dem Brot. André, jetzt meine ich ... Bei Gott, gell, Leute. Die hat mir gesagt, das ist scharf, dass ich meine Cola trinken kann. So eine eklige, Alter. Oh, was machst du? Okay, Leute. Oh Gott, das stinkt doch. Oh mein Gott. Ich esse lieber die ... Die war aufgegeben. Das schmeckt nach ... Ey, das schmeckt so nach cold. Ey. Was hast du mir sagen? Oh mein Gott. Ich kann das nicht essen, Leute. Nicht die Schärfe ist das Problem, sondern der Geruch. Never ever. Hast du gerade gesagt, es ist doch auch ... Jasna als Gegner. Wie Glück euch. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist für Jasna nix, gell. Der isst so was zum Mittag, Alter. Ich mache keinen Spaß. Du bist. Das war's schon. Du bist. Du bist. Und genauso viel hat Eck auch gehabt. Gerade eben auf ihrem Brot. Du gehörst mich so krass. Nein, ich schaue mir da keine Doppeln machen. Wow. Das ist anders. Ey, ich esse es nicht noch mal. Ey, nein. Ich esse es nicht noch mal. Ey, du gibst auf oder du isst die Nudeln. Leute, ich kann nicht diese Nudeln noch mal essen. Digga. Ich habe fast geheult, als ich diese Nudeln gegessen habe. Mein ganzer Rachen, Mund, Zunge hat geboren. Ich esse es nicht. Nein, ich esse es nicht mehr. Schau auf. Nur diese Nudeln. Was? Unser kleiner Bruder hat gegen uns verloren. Ey, gewonnen. Was? Unser kleiner Bruder hat gegen uns gewonnen? Leute, ich esse diese Nudeln nie wieder in meinem ganzen Leben, Alter. Lieber gewinnt halt Jasna, Alter. Warte, wir haben gegen Jasna verloren. Warte, in unserem Video haben wir gegen Jasna verloren. Warte, ich habe auf meinem Kanal gegen euch beide verloren. Also, Leute, Jasna hat wirklich gegen uns gewonnen. Ich komme darauf gar nicht klar. Wenn ihr auch nicht drauf klarkommt, schreibt, herrschte, krass, ihr kommt da, warte. Alter, Leute, hättet ihr das gedacht? Ja, okay, ey, sind wir alle ehrlich? Wir haben alle innerlich echt gedacht, dass Jasna eh gewinnt. Wer Jasna ist so verrückt, der mag so scharfe Dinge, Alter. Aber dass ich wegen einem Tabasco-Guruch aufgebe, Alter, schon peinlich. Fuß gespira. F cm. blaa. saw 2 jm8 flex. 2 1 2 F